Ja, hallo, ich bin Rashid Ranney, ich bin der Schulleiter der IGS Hameln. Also wir haben jetzt neuerdings, zuerst haben wir diese Test-Kits bekommen. Das war so eine Einmalpackung, in Anführungsstrichen, die wir den Schülerinnen und Schülern austeilen konnten. Wir haben über 1000 Schülerinnen und Schüler, über 80 Lehrkräfte, über 20 pädagogische Mitarbeiter und andere Mitarbeiter, sodass wir eine erhebliche Anzahl von Tests verteilen mussten. Das ließ sich ganz gut händeln und jetzt auf einmal haben wir dieses Sammelsurium bekommen, sage ich mal. 25 Tests in einer Verpackung mit Stäbchen, die eigentlich für den Rachenabstrich, Nasen-Rachen-Abstrich gedacht waren. Dazu haben wir nochmal extra bekommen, weil die müssen wir austauschen. Denn Nasen-Rachen-Abstrich kann ja keine Eltern durchführen, eine Schülerinnen und Schüler bei sich selbst, sondern das sind medizinische Abstriche. Wir machen schon den Nasen-Abstrich, aber vorne, der nur vorne, also mit dem breiteren Stäbchen, was nur vorne eingeführt werden muss, was nicht tief in die Nase oder in den Rachen eingeführt werden muss. Ja, und jetzt müssen wir auf einmal diese Test-Kits sozusagen für unsere Schülerinnen und Schülern packen. Und sollen die packen in Beutel, in irgendwelche Plastikbeutel, Gefrierbeutel, die wir uns besorgen müssen, oder in Briefumschläge. Diese Kappen sind offen. Man kann das vielleicht so ganz gut sehen. Also die purzeln ja auch mal ganz gerne durch die Gegend. Ja, und auch die anderen Sachen sind soweit offen. Das packen wir jetzt alle, sollen wir alles zusammenpacken. Steril, normal machen das medizinische Fachangestellte oder Apothekerinnen, die so etwas packen. Das sollen wir jetzt schnell machen, weil wir müssen ja morgens schon wieder ausgeben für die übernächste Woche, für die Schülerinnen und Schüler, die dann nächste Woche ins Distanzlernen gehen. Ja, mit Gebrauchsanleitungen, die erstmal nur auf Englisch sind, die wir jetzt in Einzel-Exemplaren bekommen haben, die wir dann nochmal schnell kopieren für die Schülerinnen und Schülern. Ja, und dann sollen wir das verteilen und die sollen sich dort dann mit zu Hause testen. Ob diese Tests dann noch ganz einwandfrei sind oder also ob die noch steril sind, kann ich gar nicht beurteilen. Ja, ich denke, das ist noch eine Sache, die wir so im Sinne des Infektionsschutzes oder zum Schutz der Schulgemeinschaft machen können. Was mich tatsächlich jetzt aber eigentlich nicht mehr, ja, wo das fast zum Überlaufen gebracht ist, wenn ich das mal so sagen darf, ist eigentlich dieser interessante Umstand, dass diese Tests weiter an die anderen Schulen gehen. Nur die Gesamtschulen, das heißt die KGS und IGS und wohl auch die berufsbildenden Schulen, wie ich erfahren habe, haben diese Tests bekommen, jetzt auf einmal. Ich finde diese Ungleichbehandlung der Schulform, ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Eltern und den Schülern erklären soll, dass wir solche Packungen bekommen und die anderen alle diese Packungen, zumal wir sowieso viel mehr Schülerinnen und Schüler in Präsenz haben als die anderen Schulformen. Dann an der IGS kann man das Abitur machen, man kann den Realschulabschluss machen, man kann den Hauptschulabschluss machen, kann die Förderschulabschluss machen. Das heißt, wir haben sowieso ein erhöhtes Aufkommen an unseren Schulen und ich finde es extrem schwierig, meinen Schülerinnen und Schülern, meinen Eltern zu erklären, warum sie so ein Sammelsurium kriegen und die anderen Schulformen diesen Test, zumal in den Testwochen diese verteilt wurden. Das heißt, die ersten Tests, die wir gemacht haben, wurden mit diesen gemacht. Dieser ist den Schülerinnen und Schülern schon bekannt. Wir sind auch davon ausgegangen, wir haben die Pakete erst gar nicht geöffnet, als wir die am Dienstag bekommen haben, weil wir sind nicht davon ausgegangen, dass sich das auf einmal verändert und auf einmal ploppte das halt dem Netzwerk der Gesamtschulen hoch. Und so haben wir dann erstmal nachgeschaut, was wir eigentlich jetzt hier bekommen haben. Ja, und daraufhin haben wir diese, ja, ich sage mal diese Test, Entschuldigung, mir fällt kein anderes Wort ein, als zweiter Klasse bekommen. Und auch unsere Verbände, der Gesamtschulleiterverband hat das deutlich gemacht in seiner Stellungnahme an das Ministerium. Also wir verurteilen das auch in schärfster Weise, denn ich, also das sorgt für Chaos. Im Rahmen von Infektionsschutz weiß ich nicht, ob das dann wirklich noch sinnvoll ist, wenn diese Teste durch kontaminiert sind, durch das Verpacken. Und ich glaube auch, dass es einfach schwerer fällt, aus diesem Sammelsurium hier einen vernünftigen Test-Kit zusammenzustellen. Und ich frage mich tatsächlich auch, was passiert eigentlich, wenn ich hier zu Anwendungsfehlern komme. Denn hier sind ja andere Beschreibungen bei, hier sind andere Nasenabstrich-Tests bei, hier sind welche für den Rachenabstrich. Was ist, wenn nicht da jetzt ein Falscher drin liegt? Was ist eigentlich, wenn jetzt einer meiner Kolleginnen und Kollegen oder ich oder unser Sekretariat, ich weiß ja noch gar nicht, wer diese zweieinhalbtausend Tests für nächste Woche packen soll. Wir müssen die alle noch verpacken, wie das überhaupt funktioniert. Was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Falscher da ist und das da zum Anwendungsfehler kommt? Ich glaube, was die Schulen und tatsächlich alle Schulen seit einem Jahr leisten, ist sowieso schon an der Grenze. Und ich finde, das ist ein weiterer Baustein, dass diese Grenze überschritten wurde. Zumal mit diesem lapidaren Schreiben der Behörde dazu oder des Ministeriums. Es geht ja nicht anders, weil man hätte, es wäre ja so ein großes logistisches Aufkommen. Ich meine, die Pandemie ist ja nicht ganz neu. Dass man jetzt plötzlich dann solche Sachen hier auf den Tisch schmeißt. Entschuldigung, ich bin ehrlich gesagt, bin ich eigentlich sprachlos, tief enttäuscht auch von der Behörde. Fürsorgepflicht meinen Schülerinnen und Schülern gegenüber, meinen Lehrkräften sehe ich da mir gegenüber. Ich sage, wir laufen seit langem am Rande der Machbarkeit. Jetzt stehen die Abiturprüfungen an nächste Woche, die Abschlussprüfungen in den anderen Bereichen kommen. Ja, und jetzt packen wir noch zweieinhalbtausend Tüten irgendwie jede Woche. Und ich finde vor allem wirklich diese Behandlung wie, mir fällt kein anderes Wort ein, aber ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse. Gesamtschulen kann man diese Tests geben, alle anderen kriegen die anderen. Es ist für mich überhaupt nicht ersichtlich, wenn das quer durch alle Schulformen geht und wir müssen alle damit durch, dann ist das halt so. Aber dieses Gefühl auch noch, wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, das sitzt schon sehr tief, muss ich ganz ehrlich sagen.